Das Schweizerische Rote Kreuz trägt im In- und im Ausland zur Vorbeugung und zur Bewältigung von Krisen und Katastrophen bei. Als eine der Rettungsorganisationen aus der Rotkreuz-Familie bringt Red Dog die Kompetenz bei der Suche und bei der Ortung, sei es mit Hunden oder technischem Know-how. Mit dem Zeichen des Roten Kreuzes tragen wir dazu bei, Leiden zu lindern, zu trösten, zu retten. Als Rotes Kreuz und als Rettungsorganisation helfen wir Menschen nach Naturkatastrophen und in grosser Not und lindern ihr Leiden. Ich gratuliere Red Dog ganz herzlich, dass diese Menschen in grösster Not auf die Kompetenz der Teams von Red Dog, von Hunden, von Menschen vertrauen dürfen. Vielen Dank.